Hallo und herzlich willkommen zur 36. Folge von Faktorio im Multiplayer zusammen mit Raphael und Pascal. Hallo. Ja, wir haben in der letzten Folge hier den Stahl angeschlossen und Pascal hat den Bahnhof erweitert und ich habe ein Nest ausgelöscht und Raphael hat eine Schienenproduktion gebaut und Raphael hat jetzt den größten Heinz hat und Pascal ist gerade dabei eine Steinförderung anzuschließen, bei unserer aktuelle, keine Ahnung, zu klein ist, keine Ahnung, wie soll es machen von Tobi aus? Ja, unsere aktuelle, das sind wie viele noch? Wie viele? Mit, wie viele sind das? 50.000 Steine oder so? Oh, 49.000. Habe ich das gut geschätzt oder so? So, ich mache jetzt gerade ein paar Stapelgreifer. Genau so. Die Steine für alle Rohmaterialien dafür fehlen, aber egal. Ich habe... Ich habe... Ich habe... Bei den Eingängen beziehungsweise ausgehen, kannst du auf das Kopieren, was ich schon gemacht habe, ne? Ja, ansonsten, ich sehe es aus. Okay, Kupferproduktion. Hm. Ja, reicht aber aus. Wie viele Anhänger soll der Steinzug bekommen? 2 oder 3? 3, okay. Dann muss ich ein paar mehr Stapelgreifer bauen. Obwohl, ne, mach 2. Ich glaube, also bei Stein sollten, glaube ich, 2 erreichen. Sonst muss ich nicht ganz so viel Stapelgreifen brauchen. Also bei Stahl, bei Stahl etc. ist es halt, ja, oder Eisenerz. Da ist es ganz gut, wenn man 3 nimmt. Aber ich sage mal, bei Stein, das können wir doch hier unten mit hinpacken. Da haben wir auch nur 2 Linien hier. Das ist vielleicht ganz gut. Ah, beziehungsweise das machen wir nach unten. Und wir entfernen noch das Gleis hier, würde ich sagen. Oder... Wenn es irgendwelche Störgeräusche von Raphael bitten, mir zu entschuldigen. Vielleicht kriegt's Tobi hierhin, die im Schnitt irgendwie zu verbergen. Falls Tobi auch zu v- und lädt die Folgen auch ungekaltet hoch. Hm. Das ist... Für die Störgeräusche kann ich leider nicht, weil... Ist halt so... Technik. Hm. Ich benutze halt nur ein Headset-Mikro. Ist halt nicht so professionell unterwegs Tobi und wie ich. Naja, genau. Ähm... Ja gut, ich nehme auch wesentlich seltener auf. Das heißt, für mich lohnt es sich auch nicht so extrem. Ja. So, und ich darf jetzt warten, bis die Robo-Hubs, die letzten hergestellt wurden. Da muss endlich mal meine Stapelgraf hergestellt werden, weil sonst kann ich nicht weiterarbeiten. Äh... Ja, ich bereite hier gerade noch mal die, ähm... Die Entladung für den nächsten Zug vor. Weil ich da hier auch gerade schon sehe... Oh, was ist jetzt schon wieder los? Ein Radar wird angegriffen. Ach, die sind da schon wieder unterwegs. Oh, der angegriffen. Ja, die greifen uns auch immer noch an. Ja, unsere Roboter, die stellen das ja einfach wieder hin. Naja. Ressourcen sind da, denke ich. Radars sind nicht so teuer. Naja, das ist trotzdem, dass die uns gerade angreifen. Ich sag nur noch. Ich fahr mal mit nem Panzer hin. Ja, mach. Viel Spaß. Ich muss meinen Panzer gerade noch ein bisschen ausrüsten. Rum, 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 rum. Das ist bei mir immer so ne Schadenroboter, die zu mir hinfliegt. Ich darf nicht so viel mit mir herstellen. Oder du holst einfach vorher die Ressourcen. Jetzt wird auch priegelassen. Das muss ich immer wieder von diesem Ding, was ich baue, sind wieder da hinfahren, um die Ressourcen holen. Weißt du, wie lange das dauert, jetzt mal hinzulaufen? Da kann ich doch die Roboter einfach hier hinfliegen lassen. Wenn die jetzt hier schon Robo-Hubs stehen. Deswegen hab ich die auch hier hingebaut. Weil ich die hier brauche. Bremsen. Okay, wir haben Brandy Fire on. Ups. Ich habe eventuell gerade noch ein paar Miner mehr zerstört. ja selbstzerstörung eines best wollen wir friendly feier ausmachen du wirst das erwarten wenn du möchtest irgendwie ist ja es ist schon cheating an das drin hast du fläschchen gebaut ja der raffi ist dabei aber wir haben einiges nein im moment bin ich gerade nicht dabei wir sind aber auch einiges was wir forschen könnten ach im moment schön dass ihr das auffällt ich mache im moment meine feststoff treibstoffproduktion und damit tobi und ich unsere panzer mal mit was besserem als kohle füllen können einfach nur in die leiste rein dass wir tun haben und unsere fabrik ausgelastet ist lol seit wann haben wir die denn ach mal weil wir laser gemacht haben junge bin ich dumm oder was nee jetzt können wir plötzlich wieder irgendwas herrscht irgendwas erforschen achso nee es ist nur entladungsverteidigung und persönliche laserverteidigung die wir freigestellen obwohl ich das alles wieder ab was ich gerade reingemacht habe weil wir das noch nicht forschen können warum war es dann schlinder nicht dass es forschen könnte können wir nicht weil wir das geht nicht danach was wir tatsächlich produzieren das geht nur da einer ach was wir theoretisch freigeschaltet haben weil wir es freigeschaltet haben auch genau ähm ja das ist oh gott da fliegen die schon wieder los das ist halt die story hm äh ich glaube raffel du musst alle zwei sekunden nicht muten wieder entmuten oder push the talk ist nervig aber was wirst du machen okay die greifen schon wieder an ich mach nochmal ganz kurz ein thumbnail für die letzte vor hier au au das tat auch weh ahhh jejejejejeje ich bin echt nicht wirklich begeistert je ich muss ja schon wieder hinrennen ich glaube ich kann den panzer einfach stehen lassen was haltet ihr denn davon ist das jetzt etwas besser Nein. Soll ich Explosivwaffen benutzen? Ist es jetzt besser? Ja. Gut, dann benutze ich jetzt erstmal das Mikro von meiner Webcam. Kann zwar sein, dass es etwas niedrigere Audioqualität hat, aber... Es ist auf jeden Fall besser als die andere Variante. Das ist auf jeden Fall eine bessere Audioqualität insgesamt. Ja, einfach dadurch, dass halt kein Hintergrundrauschen mehr drin ist. Und kein nerviges, hochfrequentiges elektronisches Piepen. Was jedem einfach nur das Gehirn aus dem Kopf schießt. Wir haben das halt eh überbewertet. Haben ja viele Leute heutzutage auch nicht mehr. Evolutionär. Okay. Persönliche Laserverteidigung. Das ist auch ganz gut an Panzern. Fällt mir grad so ein. Eigentlich könnte ich hier so ein Panzer... Den Panzer hier so ein Ding reinbauen. Hm. Statt dem blöden Solaranlagen... Denk mal einmauern für den Fall der Fälle, ne? Jo, klar. Und wir haben die Eisenmine etc. auch nicht eingemauert, ne? Darum könnte es vielleicht liegen, dass die häufiger angegriffen. Ich baue hier einfach nochmal so ein paar Lasertürme hin. Dann sollte das ja auch sich klären. Zu groß sind die Gruppen ja nicht. Weil ich mich eigentlich frage, wo kommen die her? Sind die von hier? Wanderschaft. Ja, okay. Die könnten von hier kommen. Ja. Oder halt irgendwo hier oben. Wobei das uns glaube ich noch irgendwo mit... durch die Streuung angezeigt werden sollte. Okay, also ja. Okay, es ist das Nest, ja. Du kannst... Tobi, du kannst jetzt übrigens, falls du es brauchst, solide Treibstoffblöcke in deinen Request reintun. Ah ja. Da ist jetzt Produktion da. Solide Treibstoffblöcke? Was ist das denn? Also... Festbrennstoff. Festbrennstoff. Okay. Ist das effektiver als Kohle? Ja, das ist effektiver als Kohle. Cool. Sonst würde man es nicht herstellen. Wir haben keine Betonwandproduktion. Wir haben keine Beton-Tor-Produktion. Also an sich haben wir nicht... Wir müssen noch eine Mauerproduktion haben, oder? Für die Militärdinger? Ich kann es mir nicht anfordern. Wir haben auf jeden Fall eine Militärproduktion. Die Logistik-Anfrage ist aber negativ. Ah. Wollen wir da hinrennen? Ja, 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 ja. Oder nein, ich mache es einfach über die Karte. Oh, ist das alles verschmutzt. Wer macht denn sowas? Und schauen wir mal nach, ob wir auch Tore produzieren. Ich weiß es nicht, Tore. Nein, tun wir nicht. Ich habe keine Ahnung, wer sowas tun würde. Hm. Nee, für Mauern haben wir tatsächlich keine Logistik-Anfrage. Äh. Kein Logistik-Angebot. Eine Nachfrage schon. Ja, Angebot. Ach, witzig. Ich habe kein... Ich habe... Warte, was... Ich habe drei Pistolen in meinem Inventar. Ja. Ja, bist du ein paar Mal öfter gestorben, hä? Ja. Leider kann man die Pistolen nicht auseinanderbauen und in Eisen konvertieren. Wir haben irgendwo so eine Müllkiste. Ja, ich weiß. Okay, Lasergeschütze brauchen echt lange, um zu produzieren. 20 Sekunden. Wow. So. Wow, 20 Sekunden sind lange. Ey, seid wirklich so. Hm. Tustust. Äh. Aufmerksamkeitsspanner der heutigen Jugend. Tustust. Tiktok ist schlimm, hust hust. Die Bashings hier. In der Zeit. Das Ding ist, ich weiß nicht, ob die da wirklich ankommen. Weil... Das Ding ist, hier die Müllkisten, da die halt voll sind, mit Eisenerz... Soll ich mehr Müllkisten bauen? Ent... Naja, nee. An sich müsste man halt nur das Eisenerz da rauskriegen. Haben wir Anfragekisten? Nö. Äh. Aber ich... Man kann doch so eine Lagerkiste hier hinstellen. Ja, was für engste, was ich grad... ...baue mehr Lagerkisten. Wir haben schon ein paar... ...und... ...rum... ...m... 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 vor und für meinen Aufenthalt gibt. Hm. ...deswegen war ich kurz da, ja? Mh... ...ja, ja, 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 ja. Ach, da oben beim Stahl schon wieder. Naja. deshalb wollte ich da irgendwie zu nah an meiner pelle ich hab gerade angst jetzt mit der sniper hin knallt so schön so laser verteidigung store habe ich doch extra zwei gebaut 12 und die funktionieren nur mit energie für diejenigen die ich kenne deshalb habe ich in meinem panzer auch zwei treibstoffzellen drin ich stelle auch noch hier hin dann sollte das nämlich auch noch ein bisschen besser klappen passt das hier alles wir haben doch bestimmt eine reparatur produktion oder hoffentlich wir so leicht darauf hofft so bitte bitte wir brauchen kurz haben wir auch wieder radar ja bestimmt eine reparatur kit 1 produktion irgendwie ist latschen ganz schön anstrengend kann das sein ich habe einen heavy tank im inventar ja aber das ist nicht du hast streit mit deinem freund war panzer du willst einen romantischen abend mit deiner freundin verbringen war panzer du hast mal wieder bock auf die partie aber weil er auch im urlaub weißt aber nicht wohin war panzer verwandelt jede verwandelt jede noch so öde stadt in einen ruhigen strand wieso ist hier kohle auf dem eisenband wie kommt die kohle hier drauf raffael ich habe nichts getan ich bin kilometer weit weg in einem panzer wie kommt die kohle auf das eisenband raffael danke gut keine ahnung wenn ich es wüsste würde ich es dir sagen oder auch nicht weil er etwas verheimlichen möchte was dass ich illegal kohle auf das eisenband getan habe korrekt jetzt muss ich hier die ganze kohle mit dem eisenerz zusammen runter nehmen das ist nicht schön so kohle wird ja auch nicht mehr weggenommen jetzt auch kohle drauf und eisenplatten die kommt eine eisenplatte auf das band von einer eisenerz anlieferung ein objekt wird beschädigt greifen die erst auf dem panzer an ne achso ach moin ich würde sagen du bist sehr erfolgreich du brennst geringfügig ich wollte es nur sagen brennst geringfügig ich mache mir gerade Sorgen hast du keine reparaturkits im inventar und keine roboter oder was ist das wie ich so aus als hätte ich in reparaturkits im inventar ich stehe gerade in den kamm ohne reparaturkits manchmal du musst übrigens stehen bleiben damit die bots raus können ne ich war gerade im kreis während ja es sind alle tot es sind alle tot es wird stein gefördert das ist schön du musst doch persönlichen drogenhanger anmachen anmachen ne der ist eigentlich bin gerade noch beim zahnräter herstellen oh gott ich trage mich immer 300 m oh gott ich habe gerne platz in meinem inventar was zur hölle hat der gemacht wer gemacht ist die frage raffael ich habe nichts damit zu tun ich brauche 20 motoren für so eine blöde lok kaskalle ist nur glücklich dass er mal nicht energieverschwendung raffael dein lagersystem ja dann bewegen sich die ganze zeit die greifer und es ist einfach eine riesige energieverschwendung die haben motoren zufällig für mich oder weiß wo ich die finde äh ja und zwar ganz im norden da mach einfach mach einfach items an auf der karte das ist das letzte bauplan symbole nennt sich das ähm dann siehst du wo was produziert wird wo bauplan symbole auf der karte da ansonsten sollten motoren auch glaube ich lieferbar sein ja sind sie ah sind lieferbar sehr gut ach miss scheiße hätte ich nämlich sagen nur hey es ist nur noch einer ein eisen äh meiner hier dann haben wir es geschafft okay es ist auch nur noch ein feld sonst hätte ich jetzt zwei hingestellt obwohl doch ich kann ja zwei auf eins stellen hier so kann ich ja wieder da runter gehen es sind 30.000 Roboter die irgendwas einlagern wollen aber nicht in den Hangar reinkommen weil es irgendwie überlastet das System gerade als ob ich mal sein Inventar die ganze Zeit ausräumen würde tu es nicht ich hab sind vier Miner für ein Eisenfeld mit 399 Ressourcen viel möglicherweise war eine sehr detaillierte Antwort so lasergeschützturm dafür brauche ich Batterien kann ich mir Batterien anliefern lassen jetzt haben die hier ernsthaft meinen Panzer zerstört probier es aus ansonsten hast du es halt schon da ja geht gar nicht Junge was machst du Dinge wichtige wieso hast du den gerade ausgerüstet die Verschmutzung ist noch lange nicht da kümmer dich um richtige Probleme ich hab Öl gefunden wir haben genug Öl wir haben auch genug Öl ich will auch mehr Öl Raphael hör auf Mist zu machen was ist dein Befehl ich nehm keine Befehle ich bin zu weit weg dass man mir irgendwas tun kann was eine spannende Folge aber Tobi hat mal wieder nicht auf die Zeit geguckt es sind 40 Minuten aufgenommen was soll ich machen im Schnitt ne ja den zweiten Tag gibt's morgen bis dahin wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und ja bis dann tschüss bis dann bis dann bis nun sind die Untertitelung des ZDF, 2020